Ende der 60er Jahre gibt es einen Wandel in der Malerei von Baselitz. Sein Bildverständnis ändert sich, indem er 1969 anfängt, seine Motive auf dem Kopf zu malen. Und es ist wichtig zu betonen, dass die Bilder auf dem Kopf gemalt werden. Das heißt, die Bilder werden nicht nachträglich gedreht, wie man sehr oft gefragt wird. Sie können die Probe selber machen, nehmen Sie eine Reproduktion eines Bildes von Baselitz und drehen Sie das Bild um. Also drehen Sie es sozusagen in die Anführungszeichen normale Richtung und dann werden Sie sehen, dass die Bildkomposition zerfällt. Also das Bild ist wirklich von Anfang an so konzipiert und gemalt, wie Sie es hier in der Ausstellung vor sich sehen. Diese Bildumkehrung hat sehr viele Diskussionen ausgelöst. Bis heute teilweise gibt es Leute, die sich daran stoßen, die das als eine Art Gag verstehen. Ich glaube, man muss das vor dem Hintergrund auch der Zeit sehen. Baselitz wollte sich Ende der 60er Jahre neu positionieren, seine Malerei auf ein anderes Niveau bringen und auch abkehren von den bedrängenden, obsessiven Themen der 60er Jahre, weil mit der Motivumkehrung, also mit dem sozusagen auf dem Kopfmalen, ging auch eine Veränderung der Themen einher und der Malweise, der Vorgehensweise beim Malen. Von 1969 bis heute eigentlich verwendet Baselitz durchgehend Vorlagen beim Malen. Das heißt, es sind Fotografien, Fotografien, die er selber gemacht hat von bestimmten Orten, von Menschen, die ihn umgeben. Aber es können auch Reproduktionen aus Büchern, aus Zeitschriften sein, die er dann als Vorlage nimmt für seine Bilder. Und diese Fotografien funktionieren wie eine Art Filter zwischen der alltäglichen Wirklichkeit und eben der seiner von ihm kreierten Bild Realität. Und diese Umkehrung erlaubte ihm auch, sozusagen einen dialektischen Schritt zu machen, eben diesen Gegensatz zwischen figurativer Malerei und abstrakter Malerei zu überwinden, indem er eben einen dritten Weg gefunden hat, der für ihn nicht die Abkehr bedeutete vom Motiv, also von einem figurativen Ankerpunkt, sondern gleichzeitig gab ihm diese Umkehrung viel mehr Freiheit, eben auch die malerischen Mittel auszuspielen und sich eben viel mehr auch malerischen Fragestellungen zu widmen. Und die ganzen 70er Jahre sind sehr stark von diesem Erforschen, Ausprobieren von malerischen Mitteln geprägt. Wir haben hier zwei sehr schöne Beispiele hinter uns, die für die damalige Zeit beide sehr provokativ waren. Zum einen, weil die Bilder mit den Fingern und mit den Handballen gemalt sind, etwas, das in der Zeit natürlich völlig abwegig war, in einer Zeit, in der die coole Konzeptkunst alles dominierte. Und die Themen sind natürlich auch sehr ambivalent, bedeuten eine Gratwanderung. Beim linken Bild, diesem Art Sommer frische Porträt seiner Frau Elke, da werden die Grenzen ausgelotet. Also wie weit kann ich gehen und mit dem Kitsch spielen, ohne dass das Bild selber kitschig ist. Auch diese Banalität, die hier ausgespielt wird, eben diese alltägliche Szene, wie sich eigentlich jedermann sich vorstellen kann, auch irgendwie damit identifizieren kann. Auf der anderen Seite der Adler, der im damaligen Kontext noch ein sehr aufgeladenes Motiv war, weil er an die deutsche Geschichte erinnerte, an die Usurpation des Adlers, eben auch durch den Nationalsozialismus. Die Wahl dieses Motivs hatte in dieser Zeit, 70 Jahre alt, als unglaublich Provokatives an sich und hat auch dann für allerlei Diskussionen gesorgt. Also hier die Verbindung eigentlich von Motiven, die aufgeladen sind, das Private eben in etwas Öffentliches verkehren, eben wie bei der Elke, oder eben beim anderen Motiv, beim Adler, dieser Bezug eben auch wieder, wie so oft bei Badlitz, zur deutschen Geschichte und eben auch der aufgeladenen oder unheilvollen deutschen Geschichte, die sich in solchen an sich äußerlich gesehen harmlosen Motiven dann manifestiert.